So, wir haben den Kleinbericht erhalten. Der wird natürlich sofort in unser Partymenü eingespeist. Los, komm, nimm das hier, solange du dabei bist. Das ist nur etwas, um deine erste Jagd zu feiern. So, wir haben einen Orachia-Armreif erhalten. Dieser ist eigentlich nur dazu da, um eben halt unsere, ich glaube, Verteidigung, magische Verteidigung, unsere HP ein bisschen zu erhöhen. Mehr ist dazu, dass das Ding nicht in der Lage ist. Hm, sieht so aus, als könntest du das noch nicht ausrüsten. Weißt du auch warum? Du hast keine Lizenz dafür. Ähm, stell dir vor, Lizenzen sind Meilensteine, Marken, die deinen Fortschritt in deinen Kampffähigkeiten verbessern. Schwerterbogen, Schwarzmagie, Weißmagie. Nichts kann, äh, benutzt werden, solange du, ähm, äh, ja doch, nichts kann davon benutzt werden, solange du nicht die Lizenz dazu hast, das zu nutzen. Dasselbe gilt für den Armreif. Du musst vorher die Lizenz immer erwerben. Und Lizenzen wurden im guten Menü hinzugefügt. Ich würde sagen, du bist, äh, bereit zur Jagd, ähm, auf den Mob für mich. Und du musst die Stadt verlassen. Zeig einfach das dir am Tor. So, wir haben das Schreiben erhalten. Beim Öst, äh, Ost-Tor, äh, solltest du rausgehen und nach der Jagd beginnen. Ähm, sobald du, ähm, den Mob, äh, gejagt hast, komm zu mir zurück und lass es mich festen. Deine Arbeit wird nicht ohne, ohne, äh, Dings sein. Hier, ohne, ohne Reward. Ich sag, ähm, auch Reward eigentlich. Ähm, ja. Und jetzt beginnt eben halt die Jagd auf Killertomate. Oder Rogue Tomato. Tricul, bla 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 bla. Ähm. Ist das klar? Yes. Ja. Es ist nämlich jetzt der Fall. Was nämlich nicht erwähnt worden ist. Wir können nämlich bisher noch nichts ansehen. Jetzt kommt das nämlich erst, was neu in der International Version ist. Please choose a license board for this character. There is a total of 12 different boards available. Each of, ähm, each with unique set of license. That will affect your character's stats and abilities. The board cannot be changed once it has been set. Also, um es kurz zu machen. Es gibt zwölf verschiedene Lizenzbretter. Und, ähm, jedes hat eben halt seine eigenen, ähm, eigene Set von Lizenzen. Ich werde euch auch gleich nochmal drauf hinweisen, welche wir da genau sind. Und, äh, je nachdem welches wir eben halt nutzen, werden auch die Status, äh, Status und die Abilities, also die Fähigkeiten eben halt verändert. Und man kann das Brett nicht danach wechseln. Also, sobald man sich darauf, ähm, festgelegt hat, bleibt es so. Wir haben hier zum Beispiel, ähm... Das hier ist, glaube ich, die Waage und etc. Also, wir haben hier wirklich Sternzeichen. Wir haben zwölf Sternzeichen. Zwölf Monate, zwölf Sternzeichen, klar. Und, äh, wir haben zum Beispiel zu jeder Klasse haben wir wirklich auch noch, ähm... Ja, wir haben dann eben halt die gesamten Zeichnungen. Wir haben dann auch die gesamten Klassen. Beispielsweise haben wir den Ritter. Der Ritter, das zeige ich euch mal. Da würden wir hier anfangen. Wir haben hier dann die Schwerter. Und, äh, ein ganz normales Lizenzbrett eigentlich. Das ist jetzt allerdings kleiner als das Original. Und, äh, hier haben wir zum Beispiel das Tone Solm, das Sonnenschwert. Den Zodiak Essekutscheon, den wird allerdings nicht der Knight kriegen. Das sage ich euch jetzt schon. Und, ähm, man sieht auch hier, es ist total wenig, was man für die erste Myst-Technik bekommt, äh, braucht. Man braucht echt nur kurze Strecken. Äh, die nächste befindet sich dann zum Beispiel hier. Und hier befindet sich dann noch eine. Und hier. Das heißt, wir haben pro Lizenzbrett haben wir nur vier Stück. Allerdings, es ist so, dass ich, äh, das habe ich nämlich extra auch so gewählt. Ähm, weil ich habe mir jetzt natürlich schon Gedanken gemacht, welches, ähm, welches Lizenzbrett eben halt bekommt. Und, ähm, wenn man zwei Leute denselben Job eben halt zuweist, kann man nicht mehr mit beiden Charactern eben halt alle drei Myst-Techniken lernen. Das geht nicht. Ähm, stattdessen kann man natürlich was anderes machen. Wie zum Beispiel, ähm, der Ulan und der Knight. Die können dann beide dann tropseln, alle vier Myst-Techniken, äh, alle drei Myst-Techniken lernen. Ähm, der Ulan, das ist so das, was ich für Wann eben halt zu gedacht habe. Ähm, hier sieht man zum Beispiel auch, Blackmagic 5 und 6 sind nur eben halt zugänglich über diesen Punkt hier. Das heißt, wir müssten diese Myst-Technik lernen, dann können wir erst diese beiden lernen. Würden wir jetzt zum Beispiel diese Myst-Technik, diese, und ich meine hier... Und, ja, hier ist auch noch eine. Die Pferde werden noch freigesetzt, also keine Panik. Äh, hier haben wir eben halt den Red Spiral auch noch. Wenn wir diese drei Punkte nehmen, dann wird dieser Punkt hier weggenommen. Und wir können diese beiden hier nicht mehr lernen. Das ist das Neue an den Lizenzbrettern. Genauso geht das natürlich auch für diese hier. Da ist das dann so, dass, ähm, andere Lizenzen, die dann quasi während des Spielverlaufs eben halt kommen, die werden dann dort erst freigeschaltet und man bekommt dann eben halt auch diese Zauber hier oder sonstigen Sachen. Es ist natürlich teilweise echt Sachen dabei, die wirklich bombastisch sind. Und, äh, andere Sachen, die eben halt vollkommen vernachlässigbar sind. Ähm, wenn ich natürlich schon die Chance habe und ich, ähm, kann das eben halt über die Myst-Techniken lernen. Wenn ich dann diese hier zum Beispiel Feuer und, äh, Gift, sowie Zandara und Blizzara, also Blitzra und, äh, Eisra, dann nutze ich natürlich auch schon meine Chancen aus. So ist es nicht. Ähm, ich werde natürlich dann aber auch immer gucken, dass ich dann die richtigen Zauber habe. Also, so, äh, Zeitmarier wollte ich auch noch mal nachschauen. Weil jeder, mal, ähm, jede Klasse hat ihre eigenen Waffen. Äh, es ist natürlich dann auch so, dass... Okay, hier ist auch die Köln-Oil. Weil das, was ich nämlich auch noch nachgucken möchte, das ist... Ist nämlich, äh, deswegen... War einige Sachen. Hier haben wir zum Beispiel auch Red Sparrow. Hier haben wir auch Schwerter. Also, es ist teilweise auch so, dass das... Durandal, zum Beispiel. Ähm, dass wir dann eine Lizenz bekommen und dann... Können wir wirklich auch, äh, Sachen, die normalerweise eigentlich gar nicht für diesen Charakter vorgesehen waren, können wir dann auch erreichen. Aber ich denke mal, ich weiß schon, welch, äh, Zauber ich eigentlich nehme. Das Werk brauche ich sowieso nicht. Aber, äh, äh... Das, was ich eigentlich... Ah, hier. Haste. Time Magic 4. Es ist nämlich so, dass ich, äh... Oh, hier ist Reflect. Ähm... Es gibt natürlich auch zum Beispiel hier diese Red Mage-Klasse. Red Mage ist sogar die einzige Klasse, die auch, ähm, Arcane-Magic lernen kann. Und hier sehen wir zum Beispiel Slow und Immobile-Size. Reflect und Disable. Allerdings, ähm... Kann die... Rotmaier-Klasse... Kann leider nicht alle guten Zauber lernen. Also man sieht hier, es geht... Time Magic geht nur bis drei. Das heißt, Haste können wir nicht dadurch lernen. Und, ähm... Die Guard-Zauber sind auch zum Beispiel hier nur durch eine zusätzliche Lizenz freischattbar. Ähm... Ja. Stil brauchen wir hier zum Beispiel mit Wern nicht zu lernen. Stil ist nämlich eine Lizenz, die Wern schon freigeschaltet hat. Jetzt ist es so, falls man jetzt zum Beispiel mit ihm den U-Land-Klasse nimmt. Die U-Land-Klasse kann normalerweise eigentlich gar nicht, äh, Stil lernen. Und, äh, das wäre ja jetzt natürlich so, als würde man wirklich die Fähigkeit dann quasi wahrnehmen zu klauen. Das ist so nicht der Fall. Man kann ihm einfach wirklich die, äh, Technik nicht wegnehmen. Die lernt er nämlich so. Genauso ist es auch mit den Deutschen. Jeder kann den Deutschen nutzen. Das heißt, die Fähigkeit, äh, die... Der, ähm... Das eine Schwert, das Wurm-Hero-Sword. Dafür gibt es keine Lizenz. Egal, auf welchen Lizenzbrett man ist. Äh, dementsprechend kann man auch sagen, jeder kann eben halt... Das ganze Lernen übrigens ist das hier. Wassermann, sehe ich gerade. Das sollte Fische sein. Ne, warte mal eben. Fische. Wassermann. Widder. Keine Ahnung, was das ist. Das müsste entweder Zwilling oder Waage sein. Also, man sieht hier auch, äh... Dass hier eben halt auch wirklich die Zeichen dabei sind. Ich kenne jetzt leider die Zeichen nicht auswendig. Aber... Das ist jetzt so die Erklärung des Lizenzbrettes. Und... Wahn... Habe ich schon ausgewählt. Wahn wird nämlich nicht Weißmagier werden, sondern ein Ulan. Ulan können die Sperre benutzen. Ähm... Das bedeutet, dass... Nur Vanny Boy... Kann nämlich den... Superstarken... Äh... Die superstarke Doxa-Lanze nutzen. Die Doxa-Lanze hier allerdings zu bekommen, ist ein wenig anders, da die Schätze auch noch anders verteilt sind. Und... Ihr braucht allerdings... Äh... Und das ist das Gute wiederum. Ihr braucht nicht auf diese Doxa-Kisten zu achten. Die gibt es nämlich gar nicht mehr. Das hat man nämlich jetzt komplett entfernt aus der Zodiac-Version. Und stattdessen gibt es nur noch eine Kiste, die mit der Doxa-Lanze drin ist. Ähm... Die befindet sich in den Henerminen. Und... Jetzt ist es jetzt mehr so Information für die Leute, die jetzt wirklich das Spiel auch schon kennen. Deswegen sage ich das jetzt einfach mal so. Ähm... Ähm... Ähm...